Die AfD beklagt angebliche Mordaufrufe gegen alle AfDler. Die Staatsanwaltschaft in Aachen ermittelt wegen eines Plakates, das Anlass für die Kritik sei. Titelt Zeit Online. Ja, die Zeitgrüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, die Zeitwahrheitsmanufaktur bringt es auf den Punkt. Ja, die AfD, diese Querulanten, diese Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner, hier diese rechten, rechtsstaatlichen, auf dem rechten Weg befindlichen Grundgesetzverteidiger, die gegen eine allgemeine Impfpflicht waren und gegen ein massenhaftes Testen waren und gegen die Mautkoppel, gegen die Aha-Tragepflicht waren und gegen die Testpflicht unserer Kinder waren. Die böse Alternative für Deutschland, die es wagt zu verlangen, dass der Steuerfreibetrag von 11 auf 25.000 erhöht werden soll. Die böse AfD, die verlangt, dass jedes in Deutschland geborene Kind 10.000 Euro kriegen soll. In Steuererleichterung 2.000 Euro pro Jahr. Das hat also auch nur die betrifft, die hier auch tatsächlich arbeiten. Diese böse AfD, die dagegen ist, dass rund 20 Milliarden an Steuern nochmal in die Kirchen geblasen werden, zusätzlich zu den Kirchensteuern. Diese böse AfD, die dafür ist, dass wir keine GEZ-Gebühr mehr zahlen. Diese böse AfD, die der Meinung ist, dass der IAK-Zwangsbeitrag abgeschafft werden sollte. Und die böse AfD, die der Meinung ist, dass Ärzte nicht im letzten Quartal umsonst arbeiten müssen, weil ihnen irgendwelche Beträge zugeteilt werden, die einfach mal nach 8-9 Monaten aufgebraucht sind. Und diese böse AfD, die der Meinung ist, dass man erstmal einen Beruf gelernt haben muss, bevor man in die Politik geht. Also diese rechten Schwurbler, die bilden sich ein, dass das ein Mordaufruf war. Bloß waren einige von den Guten, die gegen Hass und Hetze auf die Straße gegangen sind. Im Regierungsauftrag, also im Auftrag des Herren, dass so ein Plakat mit AfDler töten, dass das ein Mordaufruf wäre. Nein, das ist bestenfalls eine Anregung. Ja, kleiner Lausbubenstreich. Ja, also nochmal, Zeit schreibt, ja, angebliche Morddrohung, ja. Ein Plakat könnte der Anlass der Kritik sein, ja. Böse zum sagen, ey, Zeit, merkt ihr noch was? Ja, irgendwann werden Verfolger zu verfolgen. Möchtet ihr gerne ein Plakat lesen, wo draufsteht, ja, FDPler töten, Grüne töten, ja. SPDler töten, CDU, CSUler töten, ja. Tötet alle von den Linken, ja. Wird es aber nicht geben, ja. Ja, aber AfDler töten völlig in Ordnung. Wallah, Alhamdulillah. Es kann so einfach sein. Es war doch, wie gesagt, auch nur ein kleines Plakat. Wir wissen auch nicht, wer es getragen hat. Böse zum sagen, wo war dann eigentlich die Polizei? Also die Polizei, die bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen draufgeknüppelt hat, ja, mit aller Macht Wasserwerfer eingesetzt hat, Pfefferspray eingesetzt hat, wenn es jemand gewagt hat, keine AHA-Maske zu tragen oder den Abstand nicht einzuhalten oder gar eine Deutschlandfahne mitgeführt hat. Die Personenuniform, die Leute festgenommen haben in Berlin, ja, weil sie das Grundgesetz hochgehalten haben, ja. Da war die Personenuniform da. Aber wo war sie denn, als da ein Banner getragen wurde in Aachen, wo drauf stand, alle AfDler töten? Da hat die Polizei weggeguckt, die Person, ja, Freunde, das kann so einfach sein, ja. Ja, wie gesagt, das ist ja eigentlich auch nur eine unnütze Kritik von den bösen Rechtsradikalen von der AfD. Also jetzt habt ihr euch mal nicht so, ja. Also immer diesen Merthürer machen hier die AfD. Freunde, wir machen euch sowieso bald im positivsten Sinne fertig. Wir entziehen euch die staatlich zugesicherte, anerkannte und euch zustehende Parteienfinanzierung, die alle Parteien kriegen. Ihr kriegt ja auch keine Stiftung, nein, obwohl sie euch zusteht. So, und ihr kriegt auch keinen Bundestagsvizepräsidenten, obwohl er euch zusteht. Ja, ihr kommt in ganz viele Ausschüsse nicht rein, obwohl es euch zusteht. Und jetzt entziehen wir euch auch noch das gesamte Geld. Wir drehen den Geldhahn zu, so wie wir es gemacht haben mit der ehemaligen NPD, die sie jetzt Heimat nennt. So, und jeder, der diese Regierung kritisiert, jeder, der die Medien kritisiert, ist Nazi, Rechtsradikal, Reichsbürger, Schwobler, Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Und kriegt eine Ausdurchsuchung. Wir müssen sie ein bisschen einschüchtern. Ja, so läuft das bei uns, Freunde. Genau so läuft das bei uns im besten Deutschland aller Zeiten. Wer hier die Regierung kritisiert, wird mit unnachgiebiger Härte vernichtet. Und das ist im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Jawohl! Herr Schuhl, ich rufe Ihnen zu, Herr Schuhl. Schuhl, wir folgen. Ja, ist das schön, Freunde. Ich bin begeistert, ja. AfD, ja. Ja, wir sind sie bald los. Macht euch keine Sorgen. Ja, die Zivilgesellschaft steht auf. 900.000 waren auf der Straße. Böse Zungen sagen, ja gut, aber 83,1 Millionen waren nicht auf der Straße. Ja, weil wenn die auf die Straße gehen würden, weil sie sich gegen die Regierung auflehnen würden, zumindest 60 Millionen von denen oder 50 Millionen von denen oder 40 Millionen von denen, ja. Die haben ja aber alle Angst, dass die Antifa vorbeikommt oder dass das Konto gelöscht wird, ja. Oder dass man seinen Job verliert und so weiter und so fort. Ja, aber gut, alles böse Zungen. Im besten Deutschland aller Zeiten passiert sowas nicht, wenn man die richtige Meinung hat. Und wenn man die richtige Meinung hat und wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt, kann nichts passieren. Mein Rat an euch, bleibt zu Hause, haltet die Fresse, tragt vier FFP2-Masken übereinander, einen Darmstrumpf drüber, lasst euch impfen gegen Grippe und gegen Corona und kritisiert auf gar keinen Fall die Regierung. Ihr könnt ja machen, ja, positiv, ja. Zum Beispiel, der Schuhl hat schöne Haare, Nancy Faeser ist total hübsch, Annalena Baerbock kann gut reden, Christian Lindner ist ehrlich. Nicht all solche Sachen, ja, könnt ihr alles machen. Oder Robert Habeck ist der beste Wirtschaftsexperte seit 45, könnt ihr alles machen. Aber halt nur keine negative Kritik. Das kann so einfach sein. Und spendet mal ein bisschen an die Antifa, die können das gebrauchen, die sind gut. Ganz, ganz toll, ja. Da waren noch andere Plakate, ja, Deutschland verrecke oder Deutschland so mieses Stück Scheiße, ja, nie, nie, nie wieder Deutschland. War da alles zu lesen, ja, im positivsten Sinne. Komischerweise, neulich ist ja ein Student verurteilt worden, der gesagt hat, äh, äh, was hat er gesagt, äh, der, äh, Drecksstaat ist, nein, Deutschland ist ein Drecksstaat, hat er gesagt, wirklich, dafür musst du ja erstmal 2600 Euro Strafe zahlen, das ist nicht in Ordnung. Nein, aber nie wieder Deutschland kann man machen, ja, oder Deutschland verrecke kann man machen, ja. Dazu habe ich übrigens, ich mache nochmal Werbung hier, etwas gelesen in Made in Germany, ein ganzes Kapitel, Deutschland verrecke. Könnt ihr mal lesen? Meine Kaufempfehlung für Leute, die dieses Land lieben. Also nur als abschreckendes Beispiel, damit ihr mal wisst, was diese, diese Schwobler, diese Reichsbürger, Rechtspopulisten und Wahrheitsfanatiker und Ideologieleugner so für Flausen im Kopf haben. Gibt's nur hier www.klaudisfarbig.de, Link hängt hier drunter. Auf Wunsch wird's auch vom Autor signieren. Ich bin jetzt weg, ich bin noch da, nein, ich bin noch da, das Video ist zu Ende. Meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt und wenn ihr gerade aufgrund der Nachrichtenlage nicht gut drauf seid oder aus anderen Gründen krank seid, ganz schnelle, gute Besserung, wir brauchen euch. Und wir schicken euch jetzt gute Energie und wir halten hier zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft und freuen uns drauf, dass die AfD bald Geschichte ist. Ja, AfD schlecht, Putin schlecht, Trump schlecht, Assad schlecht, Fizzo schlecht, Orban schlecht, Miley schlecht, alles schlecht, außer Mutti und die Regierung. Juhu, macht das gut. Ach Mutti, da fällt mir gleich unsere Nutti ein. Mutti ein, ja, wo ist die denn eigentlich, die Angela Merkel? Lebt die noch? Ach nein, die macht ja jetzt bald Wahlkampf im Osten. Das wird ja schön, wird ein Fest, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wie Mutti im Wahlkampf in der DDR, äh, nein, in Ostdeutschland? Warum denke ich an DDR, wenn ich an Mutti denke? Komisch, egal. Ich hab euch lieb, macht das gut. Bin wieder ins Plaudern gekommen.